Das ist so, wie ob du ein Professor wärst. Also ein Professor, der Baumschüler unterrichtet. Danke. Also deine Berufsschule. Wir fangen ja erstmal gar nicht mit deiner komischen Fischkiste an. Ich weiß, dass du ein Aldi-Pizze hast. Ich hab keine Aldi-Pizze. Dann könnte ich nicht aufnehmen und könnte auch nicht hochladen. Aber nicht aufnehmen. Soll ich mal meinen Upload wieder anmachen? Magst du das? Magst du das mit dem Upload? Was ist das denn hier? Ich mag nur deine Fischkiste nicht. Du magst deine Fischkiste nicht, das weiß ich. Ich hab keine Fischkiste. Du verlierst oder so immer den Fight. Fight. Andi, das ist nicht symmetrisch. Wollen wir mal eins, zwei... Jetzt kommt ja wieder normale, bekannte Musik. Die euch ja schon bekannt ist. Ja, ansonsten, was läuft so bei dir? Nackt roten. Du bist jetzt Nacktputzer. Geprüfter Nacktputzer bist du jetzt, oder was? Ich putz gerade nackt hier. Ja, ja. Genau. Du weißt schon, dass hier auch mal Leute dabei sind, die jetzt nicht unbedingt hier über 18 sind. Aber ja, ich bin Nacktputzer. Pass auf, die wollen das später auch als Beruf Nacktputzer ausführen. Dann bist du... Wer hat dich denn dazu gebracht? Ja, das war meines EP. Ja, ich bin bekannt, sag ich doch. Wer hat dich dazu gebracht? Was denn? Ach nee. Wieso hast du das gar nicht gemerkt? Bist du irgendwie halb AFK wieder mal auf einem anderen Bildschirm? Ich hab keine Soundqualität, also kein Sound an. Und es war dunkel. Du siehst doch wohl, wenn du da irgendwie unten die Herzen mal so am rumratternd sind. Ähm, die Textur hab ich rausgenommen. Ach so, okay. Also erstmal bis ich das Texturwerk fertig habe. Aber machst du keine Rüstung mehr an? Warum liegt hier Stroh? Meine schönen Diamantsachen sind weg. Keine Ahnung, wieso ich keine Rüstung mehr hatte. Ich hatte doch immer nur eine. Ach, die ist vermutlich kaputt gegangen, weil ich in so eine große, große Armee gegangen bin. Die war sogar enchanted, die Rüstung, glaub ich, ne? Weiß ich doch nicht, du stehst auf jeden Fall nach Pup. Ja, ich weiß nicht, schau mal nach, ob ich die nicht ganz zufällig weggebrochen habe. Wenn du irgendwas in die Kiste jetzt räumst, du darfst jetzt alles aufräumen. Danke. Ich hab ja, ich bin ja gestorben, toll. Schau mal, wie viele Glasplanes wir haben. Ja, guck mal, hier hinten liegt die Rüstung, du Noob. Das ist die falsche Rüste, das sind nur zwei Teile davon übrigens. Wo sind denn die Glasplanes? Ach da, ach na ja, so viele sind das. Ja, so viele sind das ja gar nicht, ne? Genau. Ganz, ganz wenig. Ähm. Eisen, Kohle haben wir auch noch über... Du könntest mal runtergehen und ein bisschen Kohle fahren gehen. An mir stinkt es nach Pups. Dann würdest du vielleicht mal auch was Nützliches tun, statt die ganze Zeit dumm zu schweißen. Ich bin heute gut gelaunt, ja. Das merkt man dir wie immer gar nicht an. Wie die Musik aber mal schlagartig umschlägt, ach du Scheiße. Hm. Ah, ich nehme keine... Sollte ich Holztür nehmen? Nee, ne, dann kommen ja diese dummen Viecher wieder ran und wollen meine Tür kaputt machen, ne? Deine Tür, meine Tür. Meine Tür? Ja, alles gehört wie mich an Andy. Ja, du bist ja auch ein Andy. Mensch, Andy. Ja, der ist auch in meiner Bude drin, ganz zufällig. Wie auch immer der Typ da gerade reingekommen ist, aber egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Dann hol ich mal die andere... Au! Weißt du jetzt eigentlich, wie man diese neue Redstone-Schaltung macht für die Doppeltür? Nein, das hat dieser Henry auch ins Lava mal gebraucht. Das ist schon so ein kleiner Rabenklauer, ne? Hallo, Rabenklauer. Du Ratings-Rabenklauer. Genauso wie Leather, dieser böse Bube, der sich nicht verzükeln kann. Kannst du nicht mal bitte das Plugin drauf machen, wo ich Kill eingeben kann? Dann deinen Namen. Du kannst ja mal Slashkill eingeben, mach mal. Ja, nee. Mach mal, mach mal, mach mal. Ich hab mir gerade neues Eisenberg gelegt. Ich hab das alles schon geupdaled. Das ist schon drauf, das Plugin. Du musst das nur mal eingeben, Slashkill. Passiert nichts mehr. Das sterbe ich. Nein, da passiert nichts. Du kannst mich nicht verarschen. Na doch, kann ich das. Nein, kannst du nicht. Wenn ich dich verarschen würde, würde ich dich nicht verarschen. Ich hab bald einen neuen Minecraft-Account. Schon wieder. Ja. Also hier unten muss man sonst kaum wegen immer kurz schlafen. Das ist mir sonst zu gefährlich, noch mal eine Nacht durchzumachen und dann muss ich mich noch mal an so einem hier heransetzen. Sonst bin ich schon wieder so scheiße leise. Auf die Nacht. Weil ich will einen unabhängigen Minecraft-Account haben, also auch nicht den Liter-Elte und so. Das muss ich mir noch. Lass mich das ruhig. Genau, deswegen hab ich das so ungebrannt wegen unserer kleinen Redstone-Ecke hier. Damit das dann dann auch mal alles verkleidet ist. Das sah ja so schäbig auf, wenn das so offen war. Hier unten kommt unser Enchantment-Room rein, genau. Ich hab ja schon wieder Level 10, ey. Ach du Scheiße. Fuck, verdammte Kaka-Kaka-Penyo. Was hast du denn jetzt für das Wort? Kaka-Penyo? Was ist das denn? Hier war ein Andy und den wollte ich töten, aber jetzt hat er sich weggebrochen. Ja, der töntet dich bestimmt gleich. Andy, wo bist du? Ich will nichts von dir, hau ab, ich bin der Andy. Ach, die haben ja noch ein Schwert, ich hab das gerade ganz vergessen. Ich bin gut klauen. Und hoffentlich kriegt das mit Aura City heute auch so ein bisschen synchron mal hin. Ich bin gut klauen, ich bin auch cool. Ah, warte mal, ich kann da mal ganz kurz rausrennen und mal ein bisschen was ernten gehen. Und ein bisschen Koks aus dem Garten holen. Nein, 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 ich wollte ein bisschen Zucker-Cane abernten. Naja, du wolltest dir aus dem Garten in RL und wolltest... Naja, ich... Und wie wächst das Zuckerrohr im Wasser nicht? Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich geh nochmal zum Spawner. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach mit. Dann scheißen wir da drauf, dann haben wir hier schon genug angebaut. Wenn ich kaum... Ich möchte da aber nicht drauf scheißen. Nee, das ist dein Zucker. Dann hast du halt einen Kaka-Zucker, den machst du auch gerne. Lecker mit Kakao-Soße dann... Dieses komische Bunny ist nicht mehr im Tee. Danke. Ich geh mal ertrinken. Wenn ich jetzt wieder ertrink... Ach, da nagel ich da nicht. Oh Gott, du tust mir gar nicht leid. Na, ich steh bei dir vor der Haustür nur, damit du das weißt. Wie machen wir denn das jetzt hier? Hier machen wir... Doppelschreif. Ich sitz mit meinem PC. Ich war deiner Stür. Fühlig mega sucht die dann, ne? Ich spinn dir neu sucht die. Wo ist mein Sob? Ja, das geht. Ich finde das schade. Hier müssen wir vielleicht mal LWC drauf machen. Dann können wir eine Doppeltür mit einer Hand aufmachen. Och, jetzt habe ich beinahe einen Spawner abgebaut. Ich... Oh, ich, Idiot. Du bist ja auch einer. Das hast du gerade wahrherrlich sehr gut gesagt. Nein, Witz. Ähm... Du bist ein richtiger Kackdruck. Das weiß ich auch. Ach, ich verges... Ich will immer... Wenn ich Papier oben nach oben stapeln. Ich weiß zwar nicht, wieso. Ich mache es immer. So, jetzt Bücher. So macht man Bücher. So. Ich höre übrigens deine Mauskrieg. Ja, und ich weiß. Das ist ja jetzt auch wie in dem Mikrofon so. Ich kann vielleicht auch mal nach hinten liegen. Hört man das immer noch? Ja. Ja, das ist halt so. Da müsste man halt im Leben jetzt. Da kann ich leider nichts dagegen machen. Das war damals so. Jetzt geht es nicht mehr weg. Das ist jetzt leider so. Das hört man dann in der Aufnahme auch, ne? Ja, aber was will man dagegen machen? Das ist ja dann leider so. Das ist ja bei jedem so. Also, ich finde das gut. Mit dem Mausklick? Ja. Macht dich das an? Nein. Aber ich finde es gut. Vor allen Dingen bei D4L Minecraft. Der hat eine geile Maus. Wer ist das? Kenn ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Aber der will mir nicht sagen, wie seine Maus heißt. Weil dann hätte ich ihn ja auch gekannt. Hm, genau. Weil er dann so viel Lärm macht. Ja. Eindeutig. Er lässt sich von einer Maus erregen. Also, ihr wisst Bescheid. Was er für ein Schwein ist. Ja, wer ist denn hier das Elende? Ja, du. Ja, ne. Ich... Jetzt bringe ich dich um. Jetzt bringe ich dich um. Wie das gerade kam. Jetzt bringe ich dich um. Was bist denn du? Hier ist ein Talantan. Ey, ich habe nur noch zwei Herzen. Tja. Diamantschaufel FCW. Muhahaha. Unser ganzes Essen ist weg, wollte ich nur machen. Ne, ist nicht weg. Wir mal in die Nahrungskiste gucken. Ja, da sind nur noch die Suppen. Na und? Aber ich hatte über einen Steak Brot und so. Es geht doch hierbei auch gerade um Suppen, oder nicht? Yeah, ein Knockback-Schwert. Wo bist du, mein Freund? Du hast einen kleinen Penis. Ja, du auch. Aber du bist so ein verdammter Huso. Ja, danke, dass ich das jetzt in dir hin darf. Vielen Dank. Ich danke dir dafür sehr. Ja, danke, dass du so ein Noob bist und ich das in dir hin darf. Vielen Dank. Ist das mein Problem? Ja, das ist dein Problem jetzt. Ich habe doch nur Huso gesehen. Ja, das ist böse. Das hast du schon wieder gesagt! Du Schwein, du! Lass es! Ey, du bist wirklich am Spaß. Ja, du auch. Da mal was gemeinsam, wa? Du findest mich eh nicht. Ja, wenn ich will, kann ich dir einfach in die Hölle porten. Na, 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 na. Warte. Naja, es lohnt sich sowieso nicht mehr, weil wir in vier Minuten Aufnahme-Pause machen. Wurzeln wir zu. Das, nee! Doch! Lass es! Ich habe eineinhalb Herzen nur noch. Lass es, lass es, lass es. Ja, ich auch. Wieso lässt du den Schacht hier offen, du Beppo? Und da oben auch noch? Weil ich Missione 13 heisse. Ja, weil ich Selazer-LP heisse. Nein, bald heiße ich Bonsen in der Strecke. Was? Was ist das denn? Bohnensuppe oder was? Habe ich von Down for Life geklaut. Gut, dann lass uns jetzt mal eine Aufnahmepause machen, weil sonst kommt hier nur noch Scheiße aus. Nein, genau noch 3 Minuten. Nee, nee, jetzt mach mal. Ja, ich habe doch nichts mehr ansonsten zu tun, ich bin abgelost. Ich weiß, das sagt uns schon alles. Ach doch, ich kann am Texturpack weitermachen. Genau. Du kannst mir mal eins erstellen. Okay, dann sag mal dein letztes Wort, was du noch sagen willst, was nicht gerade beleidigend ist, sondern wie jugendfrei ist. Okay, bis zum nächsten Mal.